Wie wird man denn eigentlich so ein Eismacher? Was für eine Ausbildung ist dafür nötig? Um Eis perfekt machen zu können, muss man Liebhaber des Eises sein. Das ist Voraussetzung. Man muss die Konditorlehre machen oder eben in den einsteigigen Eisdielen Erfahrungen sammeln. Ich denke, nach zwei, drei Jahren, bei der Lehre nach drei Jahren, Konditor vier Jahre, sind sie, denke ich, perfekt vorbereitet, um den Gästen ein exklusives Eis zu bieten. Wichtig ist natürlich auch, die Gerätschaften, die müssen passen, die müssen Hygienevorschriften einhalten, entsprechen. Und die sind hier in Vorarlberg, in Österreich, Gott sei Dank schon sehr streng. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, man sollte Eis, glaube ich, selber auch mögen und lieben, oder? Eis muss man mögen und Eis wird man lieben. Wenn Sie Eis produzieren und das Eis frisch aus dem Fräser kommt, dann haben Sie keine andere Chance, dann müssen Sie es essen.